Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Es geht mal wieder um das Mate 30 Pro. Ich hatte ein Video gemacht, wo es um die Google Play Dienste geht und ob man auch ohne die leben kann. Dort gab es einige Tipps und Tricks, App Empfehlungen, die ich bekommen habe, die ich jetzt in diesem Video weiterleiten möchte. Unter anderem die App YouTube Advanced, was eine Art Erweiterung der Standard YouTube App ist, deshalb YouTube Advanced, YouTube Advanced, YouTube Vance, im Zusammenhang aufbauend auf der Micro G Plattform, was eine freie Implementierung, Nachimplementierung der Google Play Dienste ist, die einem dann ermöglichen, nicht nur zu steuern, welche Daten werden an YouTube gesendet oder an Google gesendet und welche nicht, sondern auch einem ermöglichen, die Anwendungen nachzuinstallieren oder laufen zu lassen, die beispielsweise meckern, wenn keine Google Play Dienste installiert sind, wie beispielsweise Google Maps. Aber das kommt mit einem kleinen Haken daher. Aber dafür ist, glaube ich, die YouTube Vance App eine ziemlich gute, runde Sache und die möchte ich euch jetzt präsentieren und zeigen, was man dazu alles installieren muss. Es sind im Grunde genommen nur zwei APKs, die man runterladen muss und installieren muss und dann kann man eigentlich schon loslegen. Und ich zeige euch mal, was das alles für Funktionen bringt und was für Vorteile. Sicherlich eine spannende Geschichte für den einen oder anderen, der auf die Google Play Dienste verzichten möchte, aber trotzdem nicht auf Google Maps oder auf YouTube verzichten möchte, der aber bei Google Maps auf die Anmeldung verzichten kann. Der eine oder andere mag das vielleicht können. Naja, schauen wir einfach mal rein. Schauen wir uns also YouTube Vance mal an und gucken mal, was überhaupt installiert werden muss. Dazu gehen wir auf den Webbrowser und wählen die Webseite Vance.app aus. Und so sieht die Webseite aus. Und dort habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, was für ein Gerät ihr habt. Non-Root oder geroutetes Gerät. Im Falle von Mate 30 Pro habt ihr in der hohen Wahrscheinlichkeit ein Non-Root. Da klickt ihr dann drauf und dann müsst ihr zunächst einmal Micro-G herunterladen und installieren. Das ist eine APK-Datei. Und dann könnt ihr auswählen, ob ihr eine Black-Version haben wollt oder eine Dark-Version. Der einzigste Unterschied zwischen den beiden Versionen ist, dass die Black-Version für Amulets optimiert ist, das halt wirklich Schwarz-Werte liefert und die Dark-Version einfach nur dunklere Werte liefert. Also die Standard-YouTube-App-Werte im Grunde genommen mit sich bringt. Beide APKs einfach installieren. Und wenn ihr die dann installiert habt, sollte ein neues Symbol erscheinen. Es nennt sich YouTube Vance. Und wenn ihr dann darauf klickt, dann öffnet sich im Grunde genommen auch YouTube schon. Falls ihr noch nicht angemeldet seid, kennt ihr ja den ganzen Trick. Ihr klickt einfach da drauf auf euer Konto, meldet euch an und habt dann die Möglichkeit, euer YouTube-Konto zu verwalten. Ich gehe mal hier auf die Startseite und ihr seht im Grunde genommen, hier Startseite, Trends, Abos, Posteingang, Mediathek, ist im Grunde genommen alles das Gleiche. Das ist wie die YouTube-App selber. Ich habe jetzt den dunklen Modus aktiviert. Dazu gehe ich in die Einstellungen hier und wähle unter Einstellungen unter Allgemein das dunkle Design aus. Und das kann man also ändern. Die Einstellungen sind fast gleich wie bei der normalen YouTube-App. Es gibt aber noch die Vance-Einstellungen hier unten. Und wenn ihr da drauf klickt, gibt es eben noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel Werbeanzeigen-Einstellungen, die momentan so eingestellt sind, dass es keine Werbung gibt. Und ja, das ist die YouTube-Fance-App. Wenn ich mein Video abspiele, hier beispielsweise das hier, seht ihr, das funktioniert genauso wie bei der YouTube-App. Ich kann also auch in diesen Modus hineingehen. Ich habe die Möglichkeit, hier in den Einstellungen die Qualität festzulegen. Und da kann ich auch hochgehen bis 720p an der Stelle. Ich kann es zur Playliste hinzufügen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das kleiner zu machen, wie ihr hier seht. Und ich habe auch die Möglichkeit, und das ist das Tolle an YouTube-Vance, in dieser Version zumindest zu sagen, okay, ich möchte das abspielen und möchte dann das Ganze im Hintergrund weiter abspielen lassen. Dazu kann ich hier auch einfach mal zum Desktop gehen. Ihr seht, das läuft dann jetzt hier in diesem Fensterchen weiter. und ich kann zum Beispiel eine andere App drüberlegen, beispielsweise 9-Gag, wenn ich denn möchte. Ich kann es dann hier unten weiter anschauen. Oder kann sagen, okay, pausiere das oder spiele es im Hintergrund einfach weiter ab. Ihr seht, hört es vielleicht, im Hintergrund läuft es einfach weiter. Und auch wenn ich es ausschalte, läuft es einfach weiter. Da seht ihr das YouTube-Symbol. Und wenn wir mal hier anmachen, seht ihr, es läuft tatsächlich weiter. Also auch im Hintergrund. YouTube-Vance kann also auch im Hintergrund Musik beispielsweise bei YouTube-Videos abspielen. Dann werdet ihr neben diesem Symbol auch noch ein Micro-G-Symbol sehen. Oder Vance-Micro-G nennt sich das Ganze. So sieht das Ganze aus. Und wenn ihr darauf klickt, habt ihr einige Optionen, die ihr hier unter dem Reiter Optionen finden könnt. Und könnt ein paar Sachen noch freigeben, falls ihr die freigeben wollt für andere Anwendungen. Momentan ist für das Google-Cloud-Messaging zum Beispiel nur YouTube-Vance eingetragen. Aber andere Apps können sich auch installieren lassen, die die Google-Play-Dienste benötigen. Wie beispielsweise Google Maps. Das habe ich jetzt hier einfach mal installiert und kann es ausführen. Ihr seht, es meckert jetzt nicht mehr rum, dass keine Google-Dienste installiert sind. Aber, was leider nicht funktioniert bei Google Maps, das ist vielleicht für den einen oder anderen ein großer Pferdefuß mit dieser Variante, ist die Anmeldung. Wenn ich auf meinen Orte gehe, sagt er, okay, ich muss mich anmelden. Und da sieht das momentan alles noch ordentlich aus. Konto hinzufügen, passiert nichts. Das ist eben das Problem. Ich klicke auf Konto hinzufügen und es passiert nichts. Jetzt müsste eigentlich was aufpoppen und ich müsste mich anmelden können. Ja, das ist der kleine Nachteil der ganzen Geschichte. Trotzdem, die YouTube-Vanced-App ist eine geniale Geschichte. Es gibt auch hier die Herunterladen-Option. Die will mir aber ein YouTube-Premium-Modell reinflanschen, was ich nicht wirklich kaufen kann. Und deshalb vermute ich auch sehr stark, dass die Kaufen-Option auch für Videos hier nicht funktioniert. So, aber das soll es gewesen sein für diese kurze Einführung in YouTube-Vanced und Micro G. Für diejenigen, die auf die Google-Play-Dienste aus dem Original-Google verzichten wollen und etwa nur zwei APKs installieren wollen für YouTube und Google Maps, die haben jetzt die Möglichkeit, das auch zu machen, ohne halt den ganzen Play-Dienste-Kram nachinstallieren zu müssen. Ja, das war es schon für dieses kurze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das ganze Video liken. Ihr findet noch mehr Mate 30 Videos, wie das angesprochene Mate 30 Pro Video und Google-Dienste. Wie lebt es sich ohne die? Und vieles mehr natürlich auf meinem Kanal. Fleißig abonnieren und liken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.